und bei uns im studio darf ich ihn herrn professor dieter breitschwert vorstellen er ist astrophysiker und astronom und herr breitschwert sie beschäftigen sich ja immer mit dingen die sie nie erreichen können die sind wahnsinnig weit weg sie können keine experimente da oben machen was treibt sie eigentlich an ja ich möchte verstehen wie diese dinge aussehen wie sie funktionieren warum unsere umgebung so ist wie wir sie wahrnehmen über sie beobachten können durch teleskope also diese neugier ist das was mich antreibt verstehe und dass die dinge so wahnsinnig weit weg sind wir rechnen ja immer mit lichtjahren milliarden von lichtjahren hat es schon irgendeinen einfluss gehabt auf ihr alltagsleben in gewisser weise schon man sieht die dinge ein bisschen so distanzierter also wenn man mit täglichen problemen zu tun hat und sich ab und zu mal zurücklehnt und sagt naja wie würde das aussehen in einer million jahre in einer milliarde jahre null und nichtig wie würde das aussehen von alpha centauri null und nichtig genau wie sind sie eigentlich astronomen geworden eigentlich fast eher zufällig ich habe mich für physik immer sehr stark interessiert und eigentlich für teilchenphysik im studium aber dann konnte ich mich nicht entscheiden was ich als diplomarbeit machen möchte und dann habe ich gesehen in der astrophysik gibt es wirklich alles die astrophysik ist die physik der extreme die höchsten dichten die höchsten temperaturen und das hat mich dann fasziniert und in der astrophysik kann ich praktisch alle teilgebiete der physik abdecken verstehe nun haben sie ja ganz große vorgänger sozusagen galileo kopernikus newton hat auch in die sterne geguckt und die hatten ja alle das zeug um unser weltbild komplett zu revolutionieren die haben ja letztendlich die menschen auch damit verändert die zeiten sind vorbei für die astronomie oder keinesfalls also die astronomie war eigentlich immer der taktgeber wenn man das so ein bisschen aus der aus der distanz betrachtet in der historie wie sie richtig sagten juden war eigentlich der erste physiker sozusagen heutzutage im theoretischen sinne aber er hat auch beobachtungen gemacht er hat ein fernrohr gebaut die gravitationsgesetze kamen aus den beobachtungen der planetenbewegung also die astronomie hat sozusagen immer probleme gestellt die dann nachher die physik gelöst hat oder mit hilfe physikalischer mittel und die astronomie haben uns vor allem gezeigt dass die welt ganz anders tickt als wie als die menschen sich davor noch vorgestellt haben jetzt haben wir ein rätsel darüber haben wir schon erfahren gerade die dunkle materie hat die vielleicht das zeug unser weltbild auf den kopf zu stellen also ich denke auf jeden fall dass die sogenannten letzten fragen die es eigentlich gar nicht gibt aber die die physik derzeit beschäftigen wie dunkle materie und dunkle energie dass die nur im rahmen der kosmologie der astrophysik gelöst werden auch die quanten gravitation sozusagen die fortsetzung der gravitationstheorie in die quantenwelt wird auf jeden fall mit hilfe der astrophysik zu lösen sein und könnte es sein dass die dunkle materie sozusagen ein hinweis darauf ist dass wir alles was wir bisher glauben über die funktionsweise des kosmos dass die einfach komplett verkehrt ist so weit würde ich nicht gehen also ich glaube unsere physikalischen fundamente sind sehr solide es wird sich fundamental nichts ändern an unserer quantentheorie vielleicht oder an der newton gravitationsphysik aber wir werden natürlich vielleicht eine neue perspektive bekommen wir werden die dinge in einem größeren in einem anderen zusammenhang sehen als vorher und das wird unser weltbild nachhaltig beeinflussen würden sie eigentlich gerne auch mal vielleicht nicht bis zu den stern aber bis zur iss fliegen ich persönlich eher nicht denn ich interessiere mich mehr sozusagen für die funktionsweise der dinge ich musste ihn nicht direkt mit der hand anfassen sondern mir genügt wenn ich sie verstehen und beschreiben kann und so vielen dank für das gespräch ja breitschwert vielen dank